... hat zu sagen, okay, wir brauchen aber so ein System auch für Europa. Also wir brauchen so eine Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten auch für ganz Europa. Und da hat man dann 2011 hat die Kommission einen entsprechenden Vorschlag gemacht und hat dann über Jahre hinweg wurde da im EU-Parlament im Rat verhandelt, großes Hin und Her und jedenfalls hat man sich dann irgendwann darauf geeinigt, also dass man diese Vorratsdatenspeicherung einführen muss. Fünf Jahre sollen die Daten auf Vorrat gespeichert werden, auch hier gibt es wieder jetzt keine Geschichte dazu, warum man jetzt auf diese fünf Jahre gekommen ist. Und auch sehr interessant, also man hat dann halt den Mitgliedstaaten offengelassen zu sagen, also das EU-Parlament hat gesagt, alle Flüge, die in die EU kommen und aus der EU herausgehen, die müssen auf jeden Fall überwacht werden und die Mitgliedstaaten können dann noch entscheiden, ob sie innereuropäische und nationale Flüge auch noch überwachen wollen. Auch da wieder Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit kann man mal so im Hinterkopf behalten, da ist man sich offensichtlich auch nicht so ganz sicher, ob man das jetzt braucht oder nicht. Das müssen dann die Mitgliedstaaten entscheiden und die haben halt also sehr, sehr schnell entschieden, also noch bevor jetzt eben dieses EU-PNR in Kraft getreten ist, dass auch unbedingt die nationalen und innereuropäischen Flüge auch überwacht werden müssen. Also jeder, der jetzt irgendwie von Berlin nach Frankfurt fliegt, wird dann halt einen Haufen Daten produzieren, die dann halt eben fünf Jahre lang in dieser Datenbank rumliegen und überwacht werden. Und besonders interessant wird es jetzt, wenn wir uns darüber unterhalten, wie jetzt das in den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt wird, denn es handelt sich um eine Richtlinie. Das bedeutet, jeder Mitgliedstaat kann im Großen und Ganzen machen, was er will. Hauptsache die Daten werden vor fünf Jahren gespeichert. Die Belgier, absolute Vorreiter, wollen eben auch nicht nur Fluggastdaten speichern, sondern auch die Daten von Zügen, Bussen, Schiffen und, also Flugzeuge sind sowieso dabei, aber also wie gesagt, also diese Züge, Busse und Schiffe sollen auch noch dazukommen. Das ist besonders helle, wenn man in so ein kleines Land ist wie Belgien, wo viele Züge irgendwie raus und rein fahren aus dem Land und man dann halt auch noch sagt, dass halt 24 Stunden vor Reisebeginn diese Daten übermittelt werden. Also wer jetzt plant, von Amsterdam nach Brüssel mit dem Zug zu fahren, muss das einfach 24 Stunden vorher sein Ticket kaufen. Also man kann jetzt nicht einfach mehr so zum Schalter gehen und sagen, hey, ich würde gerne mit dem Zug von Amsterdam nach Brüssel fahren, sondern da muss man 24 Stunden vorher sein Ticket kaufen, um dann fünf Jahre in dieser Datenbank zu landen, dass man mit dem Zug unterwegs gewesen ist. Also das ist, wie gesagt, ein besonders krasses Beispiel, wenn man sich auch eben überlegt, dass halt die Sitzungen in Straßburg stattfinden, des EU-Parlaments, wäre lustig, wenn sich dann dein oder andere Mitarbeiter kurzfristig überlegt, doch irgendwie einen Termin in Brüssel oder Straßburg zu haben und dann halt nicht mehr da hinkommt, weil er sich einfach kein Zugticket kaufen kann. Aber schauen wir mal, wie das dann in der Praxis wird. Die Belgier haben sich jetzt erst mal darauf verständigt zu sagen, ja, also wir machen das auf jeden Fall mal für die Flugzeuge. Und unerwartet kam halt Widerstand von den benachbarten Staaten und vor allen Dingen der Zugbetreiber, die dann irgendwie gemeint haben, es wäre relativ unrealistisch, das halt irgendwie einzuführen. Und das wird halt auch ziemlich teuer. Und die Deutsche Bahn, die muss dann halt auch irgendwie extrem viel Geld bezahlen und irgendwelche PNA an Belgien übermitteln. Und das wird alles schwierig. Aber der Gedanke ist halt nach wie vor aktiv. Also man diskutiert da weiter und man will unbedingt eben diese Vorratsdatenspeicherung noch bevor sie tatsächlich eingeführt ist, eigentlich schon ausweiten. Und da werden wir mal sehen, wie die Belgier das halt so gewuppt kriegen. Also es ist auch gut möglich, dass sie es erst mal ins Gesetz schreiben und dann nicht umsetzen. Aber die sind da sowieso ein bisschen eigenartig. Aber de facto, wie gesagt, ist eben diese Diskussion jetzt auch schon seit vielen Jahren, dass halt eben nicht nur Flugzeuge überwacht werden, sondern alle anderen Reisesachen auch. Also solche PNA, die fällen halt immer dann an, wenn man irgendwas mit Reisen zu tun hat. Also auch wenn man sich einen Mietwagen nimmt oder in ein Hotel geht, werden halt solche PNA angelegt. Und es ist halt relativ klar, was jetzt passiert, wenn man einmal dieses PNA oder diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten für Flugzeuge hat, dass das dann halt auch ausgeweitet wird. Der Antiterrorbeauftragte ist halt auch einer von den Kandidaten, die das immer wieder fordern, dass das ausgeweitet werden muss. Also hier gibt es auf jeden Fall einen gewissen politischen Druck, dass insbesondere nach irgendwelchen Terroranschlägen Leute auf die Idee kommen, das in irgendeiner Art und Weise auszuwerten. Wie gesagt, große Probleme. Die Bewegungsfreiheit wird eingeschränkt. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir dann der Kommission Ende des Jahres mal einen Brief geschrieben haben. Binnenmarkt und Transportkommissar mal aufgehetzt haben, um da mal zu prüfen, ob das jetzt mit EU-Rechten eigentlich vereinbar ist. Schengen-Regeln und so was kommt ja auch noch mit dazu. Also es wird ganz interessant, wie die EU-Kommission dann halt zu dem Thema Züge, Busse und Schiffe reagiert und dann halt vielleicht auch eben, also wenn sie das kritisiert, dann müssen sie das eigentlich auch mit den Flugzeugen kritisieren. Aber schauen wir mal, wie gesagt, was da am Ende des Tages dabei rauskommt. Es gibt auf jeden Fall einen großen politischen Willen, diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten einzuführen. Die grundlegenden Probleme bei diesem ganzen PNA ist halt eben, dass es klar Grundrechte bedroht, wie bei der Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten wären hier eben, also es ist einfach schlichtweg eine Massenüberwachung, die da stattfindet. Also jede Flugreisende steht erstmal per se unter Generalverdacht. Und wenn man sich eben auch die Urteile zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten anguckt, würde man sich hier ausmalen können, dass es mit PNA auch nicht so wirklich funktionieren kann. Dann auch eben jetzt hier am Beispiel Belgien gezeigt, der Anwendungsbereich soll eigentlich schon erweitert werden, noch bevor es eingeführt ist, aber also warten wir noch ein Jahr, dann kommen eben auch andere Staaten auf die Idee, das auszuweiten. Es gibt nach wie vor überhaupt keinen Beweis dafür, dass diese Auswertung von Fluggastdaten irgendeinen Nutzen hat im Bereich Terrorismusbekämpfung oder Bekämpfung von schwerer Kriminalität. Also alles, was da erzählt wird, sind so Anekdoten. Also es gab wohl mal Fälle, wo dann irgendwie Leute Kokain nach Schweden geschmuggelt haben im Flugzeug, in ihren Körpern. Das ist jetzt auch nicht so der weltweite Drogenmarkt, der dann irgendwie über so ein paar Handeln durchgeführt wird, die dann irgendwie ein bisschen Drogenschmuggeln in ihrem Körper. Ich glaube, da funktioniert dann halt groß, ganz anders. Aber wie gesagt, man kommt dann immer so Geschichten erzählt, dass dann halt irgendwie möglicherweise PNA in bestimmten Fällen durchaus mal nützlich gewesen hätten sein können. Beweise dafür gibt es halt überhaupt keine. Insbesondere, wenn man eben in die USA guckt, die auch gerne ihre No-Flight-Orders auf Grundlage von so PNA-Datenanalysen machen. Also das bedeutet, dass Leute nicht an Bord eines Flugzeugs gehen können, weil sie unter Terrorismusverdacht stehen. Da waren dann schon mal so dreijährige Kinder auf so einer Liste, die dann nicht fliegen durften. Also obwohl es offensichtlich war, dass so ein dreijähriges Kind jetzt eher kein Terrorist ist. Also sowas ist mit solchen Datenanalysen möglich, aber nun gut. Das weitere Problem ist, es ist eine private Datenbank. Also diese Datenbank wird halt von Airlines gehegt und gepflegt. Die können da alles Mögliche reinschreiben. Wenn die irgendwelchen Quatsch reinschreiben, gehe ich zu Airlines und sage, ich möchte mein Geld zurück. Wenn jetzt die Ermittlungsbehörde irgendwelchen Quatsch macht, sitze ich im Gefängnis. In diese Datenbank kann so ziemlich jede begabte Reisebetreuer, also so Travel Agents, können da halt alles Mögliche reinschreiben. Beim CCC haben wir jetzt gesehen, wie relativ einfach es ist, mit dem Buchungscode in diesen PNA drin rumzufuchteln. Kann man, wie gesagt, dann alles Mögliche reinschreiben und irgendwelche Leute halt in das Visier der Ermittlungsbehörden heben. Also es gibt halt eben dann auch wieder diese Positive-Negative-False-Alerts. Also man wird halt Leute dabei haben in dieser Datenbank wie das dreijährige Kind, die man aber überwachen muss, weil der Algorithmus ja gesagt hat, man muss die überwachen und man wird halt möglicherweise Leute finden, die tatsächlich Terroristen sind, aber eben nicht durch den Algorithmus gefunden werden. Interessant ist auch, dass die EU-Kommission in der Begründung für das Gesetz einst gesagt hat, man braucht das, um bisher unbekannte Verdächtige zu finden. Also kann man ein bisschen in Ruhe darüber nachdenken, sich das auf der Zunge zergehen lassen, aber man möchte eigentlich diese Datenbank nutzen, um neue Verdächtige zu generieren. Jetzt kommt das wieder, jetzt gucken wir uns an, wie die Leute das in Deutschland hier umsetzen, weil da hat man auch einen sehr, sehr interessanten Weg gefunden, wie man dieses PNA-System hier in Deutschland umsetzen will. Also auch klar, fünf Jahre, das gilt für alle Mitgliedstaaten, sollen die Daten gespeichert werden. Und dann, auf der CeBIT wurde vorgestellt, 0,07 Prozent aller Datensätze sollen an die Ermittlungsbehörden, also in dem Fall das BKA, weitergegeben werden. Also 0,07 Prozent der Datensätze, die produziert werden, 170 Millionen Reisende im Jahr in Deutschland, kommen auf 119.000 Datensätze im Jahr, die dann überwacht werden müssen. Weil man hat ja auch in das Gesetz reingeschrieben, also automatische Entscheidungen dürfen jetzt nicht getroffen werden. Also der Algorithmus, der schüttelt dann ein bisschen die Daten, dann kommen Verdächtige raus und dann guckt nochmal ein Mensch drauf und sagt, ja, verdächtig. Das soll dann also 119.000 Mal passieren in Deutschland im Jahr. Und ja, mal schauen, also wie gesagt, wie man auf die 0,07 Prozent gekommen ist, auch völlig schleierhaft. Wahrscheinlich waren es dieselben Leute, die sich die Speicherdauer ausgedacht haben. Aber wir werden auf jeden Fall das mit Spannung verfolgen, wie das gemacht werden soll. Und also auch völlig unklar ist uns bis jetzt, wie eigentlich eben hier dieses Freifeld bearbeitet werden soll. Weil wie gesagt, so sensible Daten sollen ja nicht ausgewertet werden. Also jedes Mal, bevor dieser Datensatz durch den Algorithmus geschossen wird, muss eigentlich irgendjemand mal drauf gucken und sensible Daten aus diesem Freifeld rausholen. Dann diese 170 Millionen Datensätze, die dann halt von diesen Menschen überprüft wurden, auf diese sensiblen Daten, produzieren dann 119.000 Datensätze im Jahr, die dann nochmal überprüft werden sollen. Wenn da Terroristen dabei sind. Ja, also ambitioniertes Unterfangen. Wie gesagt, wie man das jetzt genau realisieren will, ist uns völlig fraglich. Und wenn man in die anderen Staaten guckt, die bisher damit arbeiten, dann würde man sagen, es ist einfach auch unmöglich. Die Daten werden natürlich auch nicht nur jetzt dem BKA zur Verfügung gestellt, die jetzt in Deutschland in dem Fall dafür zuständig sind, diese 119.000 Datensätze sich anzugucken, sondern die Daten werden, wenn das BKA die Daten sich angeschaut hat, auch an Geheimdienste weitergegeben, an Zollbehörden und auch an Drittstaaten. Besonders interessant ist, wenn man die Daten an Drittstaaten gibt, weil dann muss halt ein angemessenes Datenschutzniveau in dem Drittstaat vorherrschen. Das wird dann geprüft. Und wenn man das geprüft hat, dann gibt man das an den Drittstaaten, das ist auch egal. Also dann sind die Daten halt sonst wo und dann wird jetzt auch nicht irgendwie weitergeprüft, was die jetzt eigentlich damit machen oder wie die die Daten speichern oder ob die die auch nochmal irgendwie weitergeben oder was dann eigentlich los ist. Aber man hat ja dann geprüft, dass das Datenschutzniveau angemessen ist und deswegen ist dann alles gut. Aber wie gesagt, wie es dann weitergeht, ist fraglich. Auch hier gab es mal in den USA so einen Fall, weil, guten Tag. Sind wir jetzt wieder im Stream oder wie? Ja, weil die USA dann halt auch gesagt haben, ja, also wir geben die Daten halt auch sehr gerne dann nochmal irgendwie an Drittstaaten weiter und normalerweise hätten die Staaten dann vorher informiert werden müssen darüber, dass die Daten weitergegeben werden. Das machen die jetzt auch nicht, weil die ja geprüft haben, dass ein angemessenes Datenschutzniveau da ist. Da müssen die auch nicht informiert werden. Und ja, also die Praxis ist de facto die Daten, wenn die einmal da in dieser 5-jährigen Datenbank drin sind, dass die halt überall hinfliegen. Und was natürlich auch noch getauscht wird, diese Daten mit Europol und auch Finished Intelligence. Also man gibt jetzt nicht nur den Datensatz weiter, sondern man gibt dann halt auch die Analyse weiter und dann sind da 27 Mitgliedstaaten in der EU, die all diesen Hokus-Pokus machen und wenn man sich die letzten terroristischen Anschläge in Europa anguckt, dann war eines der größten Probleme die Zusammenarbeit dieser Dienste. Jetzt braucht man noch eine Datenbank dazu, die halt also prädestiniert dafür ist, jede Menge Datenmüll zu produzieren, um dann die Ermittlungsbehörden noch weiter mit neuen Daten zuzuschütten, um dann danach nach terroristischen Anschlägen festzustellen, dass die Leute ja schon in dieser Datenbank drinne waren. Ja. Ihr. Gibt es gleich noch Fragen zu dem Vortrag? Einmal gucken. Da. Kannst du kurz was dazu sagen, wer Daten in das Freifeld einträgt? Ja, eben Travel Agents und Sicherheitsbehörden. Also, das kann der Zoll sein, das kann aber eben auch der Travel Agent sein, der dann halt irgendwas, was nicht in dem vorher abgefragten, standardisierten Feldern drin irgendwie auftaucht, kann er das halt da reinschreiben. Also sowas wie, also was halt sehr beliebt ist, ist halt so, du rufst halt bei irgendeiner Service-Hotline an und gehst dann halt unfassbar auf die Nerven. Dafür ist halt das Freifeld da. Dass dann halt die Lufthansa rein schreibt, ja, der nervt. Ich habe ja auf der CeBIT davon berichtet, was dort das Bundesverwaltungsamt als zuständige Behörde jetzt probiert zu machen. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass diese Datenbank bis zum Mai 2018, wo sie funktionieren muss, überhaupt läuft. Der zuständige Bereichsleiter, der Projektleiter, der mit seinen 400 Programmierern da an dem Ding arbeitet, hat nämlich erzählt, dass bisher die Airlines noch keine Testdaten geliefert haben. Das heißt, sie wissen überhaupt nicht, mit welcher Datenqualität überhaupt von dort kommt. Insofern kann man das Ganze auch als, naja. Ja, aber das Gesetz ist da. Also es wäre natürlich die lustigste Datenbank ever. Wenn da einfach keine Schnittstelle da ist und halt irgendwie so ein großer Datenmüll ankommt, den die einfach nicht verarbeiten können. Die haben ja auch irgendwie ein relativ großes Problem damit, dann halt eben die depersonalisierten Daten zu trennen von den personalisierten Daten und wie man die dann wiederum zusammenführt. Also das wird auf jeden Fall auch rein technisch eine große Herausforderung. Aber vielleicht helfen ja die Amerikaner, die haben ja Erfahrung im System. Zusätzlich muss man noch sagen, softwaretechnisch ist noch nicht gelöst. Der Datensatz wird eingegeben, wenn man eine Reise bucht und er muss, wenn das Gate geschlossen ist, muss er nochmal überprüft werden. Und dieser Mechanismus, ob dazwischen eine Differenz in den Daten ist und einen Verdacht auf Terrorismus vorlegt, ist noch nicht erprobt worden. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, ja. Also die Daten müssen halt zweimal und auch gepusht werden. Also die Daten müssen von der Airline an die Ermittlungsbehörde übermittelt werden. Früher war das System so, also insbesondere mit den USA, dass die USA einfach hingegangen sind und die Daten sich von den Airlines geholt haben. Also sie sind einfach auf den Reservor und haben sich die Daten geholt. Das war dann irgendwie auch relativ umstritten, dass man dann irgendwann gesagt hat, die Daten müssen gepusht werden und dann kommt eben genau diese Situation dass man nicht so genau weiß, was man jetzt eigentlich an Daten bekommt und wie man die dann halt auch sinnvoll verarbeiten kann. Aber ja, wie gesagt, das ist so ähnlich wie auch in Belgien. Also da werden halt irgendwelche Sachen zusammenfantasiert und wie man die dann tatsächlich halt irgendwie technisch umsetzt, bleibt halt eben vorwiegend fraglich. Okay, da ist noch eine Frage. Eine Frage zu diesem 0,07%. Werden Sie jetzt durch diese Algorithme, also ist es dieser Datensatz, was von Algorithmus rausgespuckt wird oder ist es einfach nur Zufall? Na, das ist die festgelegte Größe, wo man glaubt, das sind potenzielle Tauristen. Also das ist halt technisch festgelegt, dass man sagt 0,07, also es dürfen keine automatisierten Entscheidungen getroffen werden. Deswegen muss ein Mensch drüber gucken am Ende. Und damit man jetzt dem Menschen nicht 170 Millionen Datensätze vorlegt, muss man dem halt eine Auswahl vorlegen. Das macht der Algorithmus. Und da hat man halt gesagt, ja, 119.000 Terroristen werden es wohl sein. Na, super. Hier noch? Ich kann das noch ergänzen. Das ist eine Vorgabe des BKA. Das BKA ist ja der Auftraggeber. Das Bundesverwaltungsamt ist der Programmierer. Und das BKA hat gesagt, naja, wenn wir so 40 bis 50 pro Stunde überprüfen, dann ist das unsere maximale Grenze, wo unsere Leute mit den Augen drauf gucken können und mit unseren Datenbanken abgleichen können. Es geht ja darum, dass diese Daten, die kommen ja mit den BKA-Daten und mit Europol-Daten und sowas abgeglichen werden müssen. Gut. Also, nach diesen Dings dann landen einfach so vielflieger wie ich ständig in diesen Terroristen-Datenbanken und die Terroristen, die vielleicht mal, sage ich mal so, einmal kommen und nie wieder gehen und vielleicht einen Flug hat und nie auftauchen. Ja, One-Way-Flüge mit Übergepäck sind, aber auf jeden Fall werden die gemonitort. Also, das ist ja, auch da ist ja eben das Absurde, was soll jetzt eigentlich das Kriterium sein, nachdem halt irgendwie diese Terroristen dann gefunden werden. Also, was ist die Information, die man zusätzlich gewinnt? Also, man muss ja dazu sagen, also, auch jetzt schon werden ja, also, diese API-Daten, Advanced Passenger Information, also, Pass-Daten, die werden ja jetzt schon übermittelt. Also, das Argument lautet ja oft, ja, wir würden gerne wissen, wer in unser Land kommt und wer halt wieder aus unserem Land wegfliegt. So, das ist ja irgendwie ein relativ nachvollziehbares Argument, nur weiß man das schon. Also, alles, was im Pass steht, kriegt man jetzt schon übermittelt. Die zusätzliche Information ist, was ist der, wie schwer ist der, wer sitzt neben ihm, was hat er für Gepäck dabei und nervt er bei der Servicehotler und bei der Lufthansa. Und mit diesen Informationen will man jetzt der Rüsten jagen. Also, das ist ja das aller Absurdeste an der ganzen Sache. Hi, sorry, hier. This morning on the radio, I heard that now also airlines amongst each other are going to exchange their blacklists of passengers who have been aggressive on the plane or drunk or in any nervous service hotline. Also, das ist sozusagen die Rolle von dann die Privatpartner, die jetzt auch selber die Daten unter sich austauschen würden und geht dann die Policing nicht viel weiter als nur Terrorismus. Aber wir müssen uns alle als sehr, sehr nette Leute verhalten in diesem ganzen Airport, um nicht auf so eine Liste oder No-Fly-Sachen zu kommen. Was bedeutet das für die Beschränkung und die Datenaustausch? Also, das grundsätzliche Problem ist, dass es auf der ganzen Welt nur vier Anbieter gibt, die überhaupt diese P&A-Daten verarbeiten und dass jede Airline eigentlich auf alle Daten grundsätzlich immer zugreifen kann. Also, man muss die jetzt gar nicht unbedingt tauschen, die Daten, weil es gibt eh nur, also mal vereinfacht gesprochen, vier Server auf der Welt, die auch noch miteinander vernetzt sind. Weil, also, Beispiel, man fliegt mit Lufthansa und KLM, dann haben die unterschiedliche Reservierungssysteme und die müssen aber sowieso irgendwie miteinander reden, damit ich halt meinen Anschlussflug kriege. Also, das findet schon sowieso seit der Erfindung der Bohrungssysteme statt, dass die alle untereinander vernetzt sind und, wie gesagt, es gibt weltweit eigentlich vier Anbieter und da sind halt Hotelbohrungen, Mietwagenbohrungen, Flugbohrungen, alles Mögliche drin. Und, also, ich bin mir sowieso ziemlich sicher, dass die Geheimdienste halt sowieso Zugriff zu dieser Datenbank haben und das halt eigentlich auch ein Overload an Informationen ist, der auch eigentlich Quatsch ist und, also, die einzigen, die nicht in solchen großen Reservierungssystemen drin sind, sind halt EasyJet, Ryanair, also, die halt sowieso keine Anschlussflüge anbieten. Aber, dass halt diese Informationen innerhalb der Airlines getauscht werden, ist, glaube ich, so, ja, jetzt nichts wahnsinnig Neues. Und, wenn man sich dann auch noch, also, von der internationalen Luftfahrt-Dings-Gedöns-Behörde anschaut, was die so eigentlich für die Zukunft planen, dann ist man halt so bei diesem Checkpoint der Zukunft, wo man dann sowieso so drei Sicherheitslinien hat, so, einmal für die Vielflieger, die man schon irgendwie ständig überprüft hat und die dürfen sich auch vorher mit irgendwie einen Haufen Zusatzinformationen, die sie freiwillig zur Verfügung stellen, dann einen sehr schnellen Zugang zu ihrem Gate kaufen, währenddessen der potenzielle Ferienflieger, Terrorist oder wie auch immer, dann halt, also, ziemlich lange in irgendwelchen Sicherheitsschlangen irgendwo rumsteht und untersucht wird, Fragen beantworten muss und lauter so ein Kram. Und auch, wenn man in die USA guckt, mit der Herausgabe von Passwörtern für Social-Media-Accounts, also, der Kreis wird auf jeden Fall enger und es geht eben genau in diese Richtung Totalüberwachung des Reiseverkehrs und zwar von allen, die da in irgendeiner Art und Weise in diesem Spielchen mitmachen. Hier hinten ist gleich noch eine Frage. Ja, eine Ergänzung, wozu diese Systeme auch genutzt werden. In einer Firma, wo ich gerade unterwegs bin, die haben so ein Risikosystem, wo, wenn jetzt irgendwie Katastrophen auf der Welt passieren, Benachrichtigungen an alle Mitarbeiter gehen und dort wird gerade geprüft, ein Abgleich der Daten aus diesem PNA-System. Das heißt, die Mitarbeiter willigen ein, dass es einen Abgleich gibt, dass sobald meine Mitarbeiter auf Dienstreise sind, wenn die jetzt zum Beispiel in ein anderes Land geflogen sind, dort ist ein Anschlag, kann automatisch geguckt werden, ist der Mitarbeiter auch wirklich in das Flugzeug eingestiegen, um dann, wie heißt es dort, das abzugleichen und dann entsprechende SMSen oder so an die Mitarbeiter auch zu verschicken. Was ich erstmal ganz spannend fand, weil da sehe ich eben, dass diese Informationen auch nochmal an externe Dritten in so einer Art Auftragsdatenverarbeitung auch noch weitergegeben werden können. Was schreibt man dem dann? Sie waren dabei? Aus Firmensicht ist natürlich die wichtigste Frage, lebt mein Mitarbeiter? Dann ist sozusagen SMS, bitte bestätigen, wenn sie gesehen. Also das macht ja auch Sinn. Also da würde ich immer sagen, ist ja gut, nur es ist halt spannend zu sehen, wie die Informationsflüsse aus dem PNA-System sind, weil im Endeffekt ist das ein Key-Selling-Point eigentlich von dieser Präsentation, dieses Dienstleisters gewesen, der ganz viele Informationen abgreift. Ist halt auch zu sagen, wir haben auch aus diesen Daten Informationen, weil manchmal kommen ja Mitarbeiter auch, die haben zwar einen Flug, aber treten ihn gar nicht an, wo dann sozusagen erstmal extremer Hazel entstehen würde und dort sieht man aber, dass eben diese Informationen klar beschränkt auf die Mitarbeiter, die eine Einwilligung gegeben haben, aber dann sozusagen auch wieder so einen Feedback-Kanal haben in andere Bereiche. Gut. Oh, eine Frage. Gibt es noch dazu? Das ist ja auch wieder so ein Diskussionsthema. Vielleicht den Kollegen gleich fragen. Wie soll denn das umgesetzt werden in Bus und Bahn? Wie erhalte ich mir meine Souveränität, spontan einzusteigen? Also für Deutschland ist keine Ausweitung auf Busse und Bahnen geplant. Das war, was der Kollege gesagt hat, eben in Belgien der Fall. Also in Deutschland sind Busse und Bahnen bisher noch nicht drin. Das wäre ja mal für ein Start-up vielleicht eine schöne Idee, einen Loop zu machen, dass man die Daten ständig anmeldet für alle 24 Stunden, um die Spontanität zu erhalten. Gut. Gab es noch was? Nein, sieht gut aus. Jetzt ist auch genug beantwortet. Okay, dann Dankeschön, Alexander Sanne. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020